Wicke, bei vielen Rennen kommen die schwierigen Stellen erst am Ende. Aber mit den haarigen Kurven gleich zu Beginn bricht die Katze-Kratzbahn alle Regeln. Apropos Regeln. Wir haben vorhin Bertie Backfire interviewt und sie hatte auch einige. Zuerst mussten wir uns hinsetzen. Dann wollte sie zu jeder vollen Stunde warme Milch. Schließlich meinte sie, wir können sie fragen, was wir wollen. Aber sie würde nur Geschichten über ihre Katzen erzählen. Hier läuft alles wie Bertie es will, Parker. Das werden die Fahrer auch bald merken. Und dann kann sie sehen, dass sie mit der Mütze reiben müssen. Und dann muss sie so einfach um die Rennen gehen. Und dann sollte sie auch noch ein bisschen mehr nehmen. Und dann kommen sie darüber nach. Und dann kommen sie an. Dann kommen sie dann auch. Und dann kommen sie an. Weiter so, Champ. Unter von der Straße. Jetzt. Angelegt. Echt? Oh, mein Gott. Ja, ist das denn hier, Merkenschein? Das war's für heute. Das war's für heute.